Ich hab natürlich verloren, wo ich auf die Kratzer geschaut hab. Hey, der muss aber rauskommen zu uns. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir den Typen, den ich gerade gekillt hab, dann noch looten, wenn's geht? Mal schauen. Äh, wenn wir dann dran vorbeilaufen. Ja, will ich auch sagen. Ja, schießt ihn uns. Ah, 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 ah. Ich hab kurz einen roten Tracer gesehen. Hä? Weißt du das? Nein. Ich umlaufe die Reads rechts. Okay, ich konzentriere mich auf den Wald, da oben, wo der Kerl war. Ich seh den, der pusht voll in meine Richtung. Bleib hinter der Kratzer. Ich lass ihn noch ein bisschen rankommen. Vielleicht schießt der andere nochmal, dann hörst du den. Der, ich kann, darf ich schießen? Mach, hau ihn weg. Hat zwei oder drei Hits kassiert, ist jetzt hinter der Mauer. Der liegt da erstmal. Ich leg mich kurz hin, leg meine ZZ weg. Ach, du liegst da ja da noch. Ich dachte, du bist schon viel weiter weg. Ich bin beim Aktivieren. Und hinlegen. Da noch. Der Typ liegt noch, ja, ich seh den sogar. Ich hoffe, dass er noch nicht von Richtung rechts gleich gepusht werden. Ja, das ist richtig. Ja, weil der andere da noch war. Ich weiß nicht, der MK hat sich ein bisschen angehört wie der MK16 geschalldämpft, obwohl das eigentlich sehr geschalldämpft wird. Smoker hat er geworfen. Ich hab Waffenmodus gewechselt. Ich bin es auf Cutieber. Ja, wir werden es gleich irgendwie da, ja, wir werden vielleicht knapp drin sein. Warten wir es mal. Ja, sind, wow, ich bin draußen. 100 Meter. Ja, von rechts dürfte er dann auch gleich kommen. Konzentriere du dich, wenn du willst, auf rechts. Hä? Boah, er wirft einfach eine rote Smog auch noch. Ja. Hast du gerade Sniper außen, oder? Hey, Cutieber. Äh, meine Sniper hab ich jetzt erstmal auf den Boden gelegt. So halt richtig Potato, ne, ein bisschen. Ich hätte den ersten mehr auf den Kopf setzen sollen, da stand er ruhig. Das ist halt ziemlich dämlich. Der Typ muss halt locker mal 100 Meter mehr laufen als wir, ne? Ja. Ja, jetzt kommt er. Da hinten ist er noch. Ja. Ich brauche gar nicht drauf schießen, das hat so keinen Sinn. Habe ich. Oh, sauber. Ähm, reinpushen und ich gucke nach links. Ich auch. Was ist mit der Karre da vor uns schon die ganze Zeit schon da? Ich bin schon die ganze Zeit da, ja. Ich gehe runter zu dem Turm. Da haben sie noch mehr gefunden, glaube ich. Ist eine L85. Ja. Ja. Laufen. Was ist? Die Zahl ist 1,80. 1,80? Oh wow, das ist... Das leckt gerade bei mir ein bisschen. Soll ich noch mit hochkommen, oder? Wo habe ich den Keil abgeballert? Da drüben irgendwo, ne? Ich hoffe, zu schießen. Wie weit ist der weg? Perfär so wie der andere, ein bisschen weiter vielleicht. Durch Richtung der hier im Berg hoch. Dürfte schon über die Straße hinweg sein. Da waren aber noch welche noch weiter hinten. Bei der Meinung nach stand doch ein Drop. Alter, die Skantenflimmer, ne? Ich dachte gerade, dieser Baum da... Ne, ist er aber nicht. Ich dachte gerade, das ist ein Typ. Die Mad Kids machen nämlich noch ein bisschen... Ein bisschen kack. Wir haben da zwei, die sie beschießen. Einer da vorne. Mit uns sind es fünf Leute. Zwei, vier, fünf... Drei Unbekannte. Ist nicht viel eigentlich, aber die sind Richtung Berg wahrscheinlich halt, ne? Äh, ich gehe jetzt zu uns... Äh, zu unseren Kill, den wir da vorne gemacht haben. Ja, will ich auch mal sagen, oder? Der ist aber relativ weit rechts, oder? Ja, ja. Bin links hinter dir. Ja, ja, hab dich gesehen. Alter, die räuchern sich gerade immer aufs Übelste aus. Ja, der ist hier vor mir. Was schießen die vor allem? Ist das die Leiche, die so verkrüppelt dort liegt? Hö. Lauf mal, lauf noch. Wo liegt die? Rechts vor uns. Achso, leicht rechts vor uns. Die ist in der Senke einfach. Du läufst echt straight drauf zu, so. Ja, echt, das ist ein Rucksack. Ich loot mal nicht mit, sonst... Entfiehlt. Ja, sag ich doch, hab ich vorhin schon. Mir geht's nur um Mad-Packs oder Katiba-Moni oder sowas, aber... Ich hab immer Red-Gold, ich hab ja einen Painkiller. Keine Mad-Kids? Negativ. Ja, du hast die ganze... Du musst mir da noch Red-Gold und so'n Scheiß gehen, da hab ich nicht viel. Aber besser hat er keinen Fallen-Booster. Ich hab nur einen Booster. Du musst ihm unbedingt noch Booster geben. Kann man machen, ja. Äh. Okay. Leg den mir in den Rucksack oder so, wenn du willst, hier. Willste, vier hast du. Danke, na, passt, passt, passt. Drei, ich hab noch zwei Körs. Soll ich nochmal vorboosten? Ich hab genug, dann... Da hau ich schonmal einen rein. Ich hab hier noch einen reingedrückt, weil ich hab jetzt noch sechs Stück. Oh, okay. Du musst jetzt auch schonmal. Es ist relativ schlau schonmal. Ich mach aber nur... Na doch, ich mach zweimal, dann hab ich trotzdem noch ein bisschen was. Ich denk, da unten das zusammengefallene Haus, wo ich nur die Pferde sehste, dass da einer an der Kuppe steht die ganze Zeit. Höhe. So, warte, wie viel haben wir denn noch? Zu, vier... Ne, was? Zu, vier... Sechs, sieben. Mein erster Bus hat abgebrochen. Ich weiß nicht, ob er mir ein Dings gezogen hat. Oh, wow. 240. Ich steh mal auf Dauerfeuer auf jeden Fall hier. In den Kack-Wheels. Von der Küste, von der Küste, Küste, Küste. Oh, wow. Oh, so unlucky. Ich hab ihm Wonshot in den Busch gegeben. Oh, wow. Ich hatte... Sagen wir mal, zehn Prozent Leben noch? Nicht mal mehr? Wow, was war denn das jetzt? Warum hat er uns gerade nicht beim Boosten gekillt? Hat er uns nicht gesehen? Warum hat er uns beim Looten, also mich beim Looten und dich beim einfach rumstehen nicht getötet? Ja, eben, das meinte ich ja gerade. Ich hab jetzt ein Problem, ich muss in die Zone. Fuck off. Katiba. Katiba. Ich hätte gerne noch das Smack aus deiner Waffe hier. Jedenfalls mich looten. Du hast dein GL drin. GL? Hast du Katiba GL gehabt? Ja. Hätte ich dir noch ein GL geben können, ne? Sherlock. Ja gut, hätte auch nichts gebracht. Hätte ich nicht dran gedacht. Jetzt. Wow. Ich mach Top-Click auf dem Server, in dem Moment wird er gesperrt. Ja, ich spiel den noch fertig, ne? Also... Ja, ja, ich wär auf den Weg-Server gegangen, schnell. Oh, ja. Hätte kurz aufgeräumt. Ja, der ist voll. Boah, Server hat auch gerade... Nein, hat nicht gerade angefangen. Ich hab nur noch einer. Dann schau ich weiter, Program. Schaut ein bisschen ekelhaft hier die Zone gerade für mich. Gut, wenn wieder andere auf sich aufmerksam machen. Jetzt kann ich die... Die hier droppen. Ich kann den Scheiß hier droppen. Kann das droppen. Kann das alles droppen. Ich droppe es allen Scheiß, den ich nicht mehr brauche. Hallo. 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 Hä, wieso hab ich nur einige? Ich hab doch noch ne... Ach, das war meine. Ja, okay. Ich dachte, du hattest da schon eine drin. Deswegen war ich vorhin verwundert. So, was haben wir denn los in die Mitte jetzt hier? Da. Ja, super. Wow. Da oben geht's ziemlich ab, ey. Vier leben noch. Mindestens einen weiß ich. Dann werden noch welche... Mann, was ist denn hier links von mir noch? Ist das noch drin da? Das ist noch drin, da muss ich aufpassen. Da wird vielleicht eine drin noch. Hat der vorhin die Straße überquert? Den du beschossen hast? Meine Ping ist gerade behindert oder deine? Immer noch? Negativ. Ähm. Der Typ, den du beschossen hast, der hat doch die Straße über... Hat der die Straße überquert oder hat der nur... Ja, hat er. Okay, dann ist schon mal der auch nicht mehr auf meiner Seite. Ich hab das Problem, dass vor mir jetzt ein bisschen ein offenes Feld ist. Und zwar sehr offen, ne? Also, da ist kaum Busch oder Mauer. Wann haben wir denn hier noch drin ist? Den Bleeds, ein Brasser und ein MS. Der war das ein Team, ne? Wahrscheinlich, dass der war. Und der hat gewartet, bis wir kommen. Der Typ, der dich gerade gekillt hat. Da hab ich vielleicht vorhin sein... Vorher sein Kumpel gekillt. Aber das war dann relativ schlau, erst mal einen vorlaufen zu lassen. So, hat die LN-Field das größte Kaliber? 7,7? Weiß ich nicht. Na, aber größte ist das 7,62 eigentlich. Ach, lol. Weißt du, wo die Zone Mitte ist? Bei dir? Mitten auf der Straße. Boah. Aber auf der Hauptstraße, nicht auf der hier. Ich muss da rein. Ich muss es aber aussitzen. Das war auch total gay, dem Typen. Der Typ hat mich runtergeschossen auf 10%, ne? Ich hab das überhaupt gar nicht gerafft. Und dann hab ich einmal rein in den Busch reingeschossen und hab mir anscheinend Headshot verpasst. Also, ich hab das schon mal... Dann weiß ich nicht... So. Das war's für heute. Was schießt du denn? Oh ja. Was schießt du denn? Oh nein. Please. Ich hab grad sehr harte, danke. Ich stehe den GL mal auf 150. Das Problem ist halt, der Kerl weiß halt, h genau ich bin. Und ich jetzt nicht so ganz, woher er ist. Oh fuck. Oh. 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 Boah. Das wird es jetzt echt ein Aussützen, ne? Problem ist halt, glaube ich, der Typ weiß halt, wo ich bin. Weiß aber nicht, wo er ist. Oh! Oh! Wo ist der? Sag mir, wo er ist. Der hat aber keinen Plan, wo der ist, ne? Kaum verballert eine Moni auf mich. Ich habe ihn, wo er. Hui, ui, 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 ui. Der war echt da drin, ne? Holy shit. Der stand halt echt vor mir da drin. Ich habe ihn überhaupt gar nicht gesehen. Ja, muss der doch da drin stehen. Keine Ahnung, irgendwie gehe ich im Moment übel auf den Kopf. Was hat der ja denn? Eine AK-Geschalldämmt. Die hast du auch nicht gehört, ne? Was hat der denn noch so? Ja, was hat der denn für einen Scheiß noch alles dabei? Boah, das war echt... Auf jeden Fall ein gutes Endgame, ey. Bist du noch da? Ja. Holy shit, sind die kacke wieder, dass du gestorben bist, Alter. Boah, ein One-Click habe ich bekommen. Und ich habe nur One-Clicks verteilt. Ja. Dem Typen im Busch. Und dem hier auch. Ich habe nicht gerafft, wo der war, ne? Und das Geile war, ich war halt wirklich im Leben fast so weit unten wie vorhin und habe halt dann den Döner gemacht, wie ich mich gehealt habe. Das war halt auch fucking risky, dass ich mich heil einfach da. Wenn der Typ auf mich schießt. Aber war ne... Die Runde war akzeptabel, würde ich behaupten. Alles hat mich geholfen. Ich habe ja nicht geholfen, aber konnte den Schuss. Ich habe ja nicht mit dem Schuss. Ich habe ja nicht geholfen.